Griechischer Wein! Das passiert, wenn ihr den Superstar-Duft drauf habt. So, dann schauen wir mal vielleicht ins nächste Video rein. Und zwar 10 unfassbare Superstar-Düfte. Wir alle zusammen, wir sind Superstars. Und ich denke mal, von diesem Video fühle ich mich dann angesprochen. Wir gehen einfach mal rein. Viele Fragen nach Parfum. Ich glaube, das passt jetzt. Grüße. Er ist im Übrigen, er hat es geschafft nach Amerika. Habe ich schon gesehen. Auf dem deutschen Channel ist, glaube ich, ein Video hochgeladen. So sieht es aus, ne? Natürlich fantastischer deutscher Zuschauer. Jeremy Fragons, der Parfum-Typ hier. Wir zeigen dir jetzt, also... Das, das, also, also Hobby-Juwelier ist gut und so. Aber wenn mich jemand Uhrentyp nennt, das ist in der kürzlichen Vergangenheit tatsächlich der Fall gewesen. Das ist auch eine Bezeichnung, sage ich mal. Man kann es eleganter ausdrücken. Also, bist du nicht der Uhrentyp? Genau der bin ich, Leute. Ja. Ich liebe dich, Alter. Vielen Dank, dass du meine Videos schaust. Unfassbar geile Parfums, sage ich dir jetzt. Der beste Nischenduft. Hey Leute, dann bleib mal locker. Jeremy hat einfach gerade was Chiliartiges geschnitten und er hat sich ins Auge gepackt. Kann passieren. Der Duft Creed Aventus. Und zwar habe ich den im Doppelpack. Dieser Duft hat so viele natürliche Inhaltsstoffe, dass Leute im Internet darüber sprechen. Ah, wie riecht dieses Badge? Wie riecht dieses Badge? Das heißt, wie riecht diese Füllung von 2017? Wie ist der Jahrgang von 2013? Und das werde ich heute exzessive hiermit testen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Der eine ist mehr rauchig, der eine ist mehr fruity. Also, der geilste Nischenduft. Der geilste Date-Duft. Dolce Gabbana the one, baby. Alter Schwede, ich kriege da sogar von Männern Komplimente, wenn ich diesen Duft trage. Oder wenn er einfach nur in der Luft liegt. So geil riecht dieses Zeug. Ey, das haben wir schon wieder nicht gemacht. Ich muss meine Parfümerie normale Düfte testen, damit ich da mitreden kann. Nummer 8. Dolce Gabbana the one. Ach, Light Blue Intense. Der beste Sommerduft. Du suchst einen geilen Sommerduft, wenn du in Ibiza bist, Alter. Und dann trinkst du so einen weißen Sangria mit geilen Früchten und so einem Schuss Wodka drin. Er ist nicht gesund. Aber wusstest du, dass Wodka immer in gleicher Weise verstoffwechselt wird wie Fructose. Das heißt, die Scheiße aus diesen Fruchtsäften fast genauso schlimm das Zeug. Nur nach einem Glas Wodka hörst du garantiert erst mal auf, Wodka zu trinken. Aber Fruchtsäfte kannst du 10 Liter saufen pro Tag. Also Vorsicht, Baby. Dieser Duft riecht wie Ibiza. Und zwar richtig geil, Alter. Und zwar richtig geil, Alter. So, weiter geht's. Der beste Billigduft. Du willst schön billig und gut riechen. Legend Spirit Mont Blanc. Riecht wie Invictus Aqua 2016. Der geilste Teenager Duft. Yves Saint Laurent, Y, Eau de Papa. Baby. Baby. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Würzhaus aus dem Werde, da, 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 ne, ma, fein. Ich hatte Zeit und mir war kalt. Drum trat ich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Das passiert, wenn ihr den Superstar Duft drauf habt. Ich hab drüber nachgedacht. Was gehen jetzt ab? Aber tatsächlich, das macht Sinn. Es heißt Superstar. Was wird beim Superstar immer gemacht? Heißt doch so eine Sendung. Wird gesungen. Du der Erde, komm, schenk dir ein. Ist das geil, Alter. Das macht so viel Spaß, Mann. So, weiter geht's mit dem Stronger with you, Baby. Kraft. Also Leute, für alle, die sich jetzt fragen, vielleicht, okay, das war vielleicht, aber er fühlt einfach die Situation. Weißt du, was ich meine? Er fühlt die Situation und dann express yourself. Kann ich mir nur so erklären. Also, wenn er sich gut fühlt, ich finde, das ist super. Glaubst du, ich mache Spaß, wenn ich in meinen Comments schreibe Kraft, Power, Strength? Nein. Nein, 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 ich würde nicht sagen, dass du Spaß machst. Also, ich sag mal so, also ich würde, nein, 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 nein. Alter, das ist für alle, die, die so ein bisschen luschenmäßig am Start sind, die eher so ein auf Technik sind, so. Ja, das ist unrelevant, das ist unlogisch. Wenn man dir ins Gesicht schlägt, merkst du erst mal, dass gewisse... Habibi, bleib mal ein bisschen locker. Was über ins Gesicht schlagen, nur weil jemand technikaffin ist. Relax, mein Freund, okay? Alles gut. ... Dinge wahr sind und zum Beispiel, wenn du Kraft, Power brüllst, dass du dich dann auch geiler fühlst. Also, ich mache das wirklich, Alter. Ich bin ja alleine im Office ohne so Kraft. Das ist so geil, also... Also, da bin ich sicher. Das glaube ich ihm auf jeden Fall. Und, ähm, klar. Also, das, ja. Wenn ihr das schreibt, finde ich das geil, Baby. Schön weiterschreiben, diese Wörter. Oh, der geilste Clubbing-Duft für Männer. Der geilste Clubbing-Duft für Männer. Stronger with you. So kam ich auch darauf erst. Stronger. Kraft. Weiter geht's, der geilste... Ja, es ist... Boah, ich stelle euch mal vor, ich stelle euch mal vor, Jeremy kam auf diese Art und Weise zu Mark & Friends. Ende des, äh, Ende des Monats übrigens, Ende des Monats ist es wieder soweit, Mark & Friends. Die zweite Folge wird ein bisschen umgestellt, aber insgesamt, wir haben ganz tolle, ganz tolle Gäste auch am Start. Ich stelle euch mal vor, Jeremy wäre dabei. Und zwar so. In seinem Mood. Leider können das die wenigsten Leute. Wie er schon gesagt hat, er ist jetzt da alleine. I don't know. Vielleicht wäre man andere Leute, wenn er natürlich genauso drauf wäre, boah, das wäre so krass, das wäre so krass, das wäre echt heftig. Der nächste Rosenduft, für Männer, aber auch für Frauen im Prinzip. Portrait of a lady. Portrait of a lady. Da war ich ja in London, aber New York ist viel geiler, Alter. Komm, du kannst in einer drecksbrühen Stadt leben und die hat den Vorteil, dass du groß denkst und Träume hast. Hier, wo ich derzeit bin, ist so ein 70er Jahre, ehrlich gesagt Scheiß-Office, was voll für'n Arsch ist. Aber es ist so langweilig, theoretisch gesagt, dass ich meine Träume hier selber baue. Das ist geil. Das kann ich dir empfehlen. So auch diese brasilianischen Fußballspieler, die haben auch in der kleinen Gassen, in der Gosse teilweise angefangen, weil sie groß dachten. Gefährlich ist es so, ich hab da, ich war gestern bei meinem Kumpel, haben wir Kevin allein zu Hause geguckt, Alter. Also nicht nur er und ich, aber der Typ, der hat einen roten Ferrari, der verdient, ja, was verdient der so, Alter. Verdient so, ich würd' mal sagen, 200.000 Euro im Jahr. Und er hat mehrere. Im Monat wär gut, ne? Im Monat wär gut. Ufer, Mann. Rolex Ohren ist jetzt nicht Multimillionär oder Millionär, würd' ich auch nicht sagen. Hat mehrere Immobilien, aber der ist richtig gut dabei. Da hab ich gesagt, weil der ist so, der ist so recht flat im Sinne von, er ist in ner netten, zufriedenen State, aber ich hab' ihm gesagt, kann es sein, dass du aufgrund dessen, weil du so alles hast im Prinzip, was ein Mann sich wünscht, ja, geile Freundin und so, dass du so ein bisschen den Hunger und Biss nicht hast, ist auch zu ihr. Also ich muss sagen, das tatsächlich ist ein sehr valider Punkt, das merkt man, finde ich, meistens bei Leuten oder bei Heranwachsenden, auch jetzt 20 bis 30, wenn man halt von zu Hause aus schon sehr abgesichert ist, ja, dann hat man meistens nicht so diesen Antrieb. Jedoch muss ich schon sagen, dass jetzt bei mir, also ich mach' alle Aufgaben, ich bin jetzt hier, hab' jeden Tag mindestens einen Dreh, mindestens, ja, morgen zwei Drehs, an irgendeinem Tag drei Drehs und ich bin immer die ganze Zeit alles am probieren, um nach vorne zu bringen. Ich mach's, ich hab' noch nie aufs Geld, wenn man mich jetzt fragen würde, was hab' ich am Ende mit der GmbH verdient, ich hab' absolut keine Ahnung, ich hab' nur nachgeguckt. Und es hat nicht immer was mit Geld zu tun, es hat auch was mit Leidenschaft zu tun, was man macht, dass man da das Richtige findet, ne? Tatsächlich. Kann sein, aber einfach viel Spaß in seiner Arbeit, wo er immer wieder Kontakt mit Menschen hat und die immer wieder überzeugt und so und das, naja, das kann ich dir nur empfehlen, Alter. Also entweder du bist so in einer Gosse, so, ich sehe hier jeden Tag, wie ich hier angefangen habe als kleines, als kleiner Luschenkerl und Tony Robbins sagt ja auch, es ist wundervoll zu wachsen. Und ich sehe, Alter, guck mich an, Baby, Alter, ich bin so am Wachsen, Alter. Und geil, ich hab' so viel Spaß an diesem Ding, weil ich sehe, wie ich wachse und du musst dich auch sagen. Aber natürlich, man muss auch überlegen, das wird jeder, jeder wird das mal durchleben, dass man irgendwann auch mal nicht wächst, im Sinne vom Business-Bereich jetzt her, ne? Selbst lieben, also, Jesus sagt ja ganz einfach, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann gibt's ja auch in der Bibel sowas wie, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Also, zum einen sagen die Leute, love yourself, dann lieb dich nicht und dann sagen die, guck mal, wie verliebt er in sich ist. Das sind alles Arschgesichter, die dich so kritisieren. Die sagen so, ha, guck mal, wie verliebt er in sich ist. Ja, aber wie jetzt? Und dann soll man doch sein, wie man ist oder nicht? Ja gut, aber wenn ich bin, wie ich bin und ich mich geil und liebe finde, dann aber es nicht zeigen darf. Was seid ihr denn für Arschgesichter, die mir sagen, ich soll nicht sein, wie ich bin? Also, grundsätzlich sind Menschen... Damit ist ja, glaube ich, was anderes gemeint. Es geht darum, dass wenn man, das merkt man, das habe ich jetzt so verstanden, das merkt man ja gerade auch in Deutschland, dieses, dass man den anderen Leuten dann nichts gönnt, ja? Das vielleicht auch, dass man dem anderen etwas Gutes wünscht und so behandelt, wie das man selber behandelt werden möchte. Das ist sehr, sehr wichtig. In Deutschland ist es schwierig. Es fängt im Kleinen an, aber jeder von euch wird das Gefühl auch kennen, dass ab und an man jemanden sieht, man sieht, boah, guck mal, wie viel der hat und dann denkt man so, boah, das hätte ich auch gerne, ja? Warum hat der jetzt diesen Erfolg und warum das und warum nicht bei mir und so weiter? Aber das ist der komplett falsche Ansatz. Wenn ihr solche Gefühle mal in euch spürt, versucht aktiv dagegen vorzugehen und dem anderen das Dreifache an Reichtum, das Dreifache an Erfolg zu wünschen, weil es wird nichts für euer Leben bringen, wenn ihr den anderen etwas Schlechtes wünscht. Und ich sage euch, man merkt das auf jeder Ebene. Und auch ich habe in meinem Umfeld viele Leute, bei denen ich vom Herzen hermerke, dass es etwas schwieriger manchmal für die ist, aber gegen solche Gefühle muss man ganz aktiv gegenarbeiten. Das ist extrem. Man muss selber an sich arbeiten, weil das zieht einen runter und dann wird man auch am Ende nicht performen, wenn man unzufrieden ist, weil Erfolg oder nicht Erfolg liegt in den meisten Fällen nicht in eurer Hand. Also das ist schwer zu akzeptieren, aber ihr könnt 100% geben und wenn es sein soll, wird es passieren. Alles andere, man kann es nicht erzwingen. Menschen, die... Naja gut, ich kritisier die dann ja selber auch im Prinzip, wenn ich sage, Leute, die andere Leute kritisieren, sind ein bisschen für den Arsch. Naja gut, ihr als meine Zuschauer, ihr seid ja nicht doof. Ich denke, man kann grundsätzlich den Vibe eines Menschen gut verstehen. Ohne Spaß mit Jeremy möchte ich an einer Stelle wirklich nicht tauschen. Das meine ich jetzt ganz ohne Wertung. Ich möchte nicht wissen, meine Kommentare, meine Kommentare unter den Videos, jetzt gerade auf die englische Sprache bezogen, kann schon mal aus gewissen Richtungen schon mal sehr anfeindend sein, okay? Ich möchte gar nicht wissen, was Jeremy durchmacht mit den Kommentaren. Also wirklich, das wird... Da geht glaube ich die Post ab, wirklich. Du siehst, wenn du mit ihm interagierst und das ist auch gut. Wenn wir ganz primitiv sind, und dann geht es auch weiter, also hier, das ist der beste Rosenduft, wenn wir ganz primitiv sind, dann wollen wir einfach umgeben sein von starken, guten Menschen. Deswegen geben Menschen ja auch anderen starken Menschen die Hand, so hey, geil, high five. So die Champions springen so mit einer Brust gegeneinander. Hast du dir mal überlegt, warum diese Champions? Real Talk, ich glaube, er hat privat ein wirkliches Problem. Guck mal, Flame, Steed, Official, wir können darüber reden so. Am Ende, wir wissen es nicht. Es wird vielleicht so sein, ähnlich wie bei mir, dass man, zum Beispiel ich habe, in einem Umfeld zu tun. Das ist relativ kreist irgendwo. Man hat nicht viel mit der Außenwelt zu tun, außer vielleicht jetzt, also zum Beispiel ich mit dem Chat. Das ist ein Austausch mit anderen Leuten in den Kommentaren und so, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf der Straße sind und uns da hinsetzen und dann einen Austausch mit anderen Menschen führen oder ein Ladenlokal haben, wo uns jeder besuchen kann. Und ich glaube schon beim Jeremy, der ist schon relativ vielleicht abgeschottet unter sich, unter den Leuten, die er kennt. Von daher hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Und er hatte auch mal in einem Video gesagt, dass auf der Straße die Leute immer positiv auf ihn zukommen. Und das Thema der selektiven Wahrnehmung wird bei ihm auch der Fall sein. Das heißt, er wird gewisse Sachen halt ausblenden. Ja, kann schon sein. Mit der Brust gegeneinander springen und sich die Hand geben und die Fans das machen wollen, weil die wollen sich gegenseitig so die guten Bakterien, die guten Immunsysteme miteinander kreuzen. Du gibst ja auch nicht einem verschnupften Loser-Luschen-Kopf. Willst du auch nicht so, hey, ja. Frauen wollen auch nicht mit einem Loser-Luschen-Kopf. Die wollen ihre DNA, ihre guten Bakterien, ihre Immunsysteme mit dem starken Mann knüpfen, Alter. Weißt du? Keine Ahnung, wie ich jetzt so weit gekommen bin, Alter. Weiter geht's. Die letzten zwei. Der beste U-Duft. Aber eine Sache kann ich ganz sicher sagen bei Jeremy. Eine Sache, da würde ich wirklich, also eine Sache bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich seine recordeten Videos nie noch, äh, nicht noch ein zweites Mal ansieht. Mann, jetzt bin ich langsam müde. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, Alter. Jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr. Der beste U-Duft. Sohan und der beste orientalische Duft für meine geilen arabischen Zuschauer. Fuck, Alter. Ich will ein bisschen mehr abhängen mit euch. Ich habe im Moment, wo ich hier bin in Bonn, habe ich fast keine arabischen Kumpels. Ähm... Bruder, ich kann dir da ein paar Adressen geben, da siehst du sehr viele arabische Freunde, ja. Die werden sich aber sehr gerne mit dir unterhalten. Auch über Jesus sogar. Auch über Gott und Jesus. Ja. Ich glaube, am meisten Kumpels so hatte ich in Norddeutschland. Hatte ich auch asiatische Kumpels. Alter, lass mal ein bisschen mehr abchillen, Leute. Bald bin ich in Amerika. Ja, da hast du einen guten Mix aus allen. Miami hast natürlich viele. Aber das ist hier so ein geiler Duft für den Prinz von Saudi-Arabien, Alter. Saudi-Arabien, ja. Oder von mittleren Osten. Ich kenne mich da nicht so aus mit so Konflikten und so, aber hey. Hey Marc, wie schaffst du es bei so heißem Wetter gut gekleidet zu sein? Anzug ohne Schwitzen. Ich schwitze schon allein mit dem Hemd und einer lockeren Chino. Äh, ich sag so wie es ist, ich weiß auch nicht. Das ist eine innere Einstellung. So, ich versuch das auszublenden. Als ich in der Uni war, war das Thema Hitze, gerade im Sommer für mich auch immer ein riesen Problem. Und irgendwie habe ich es geschafft, mehr oder weniger meinen Körper so zu beruhigen. Wenn ich draußen bin, für mich spielt das Wetter absolut keine Rolle. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich immer gleich rumlaufe. Ich habe immer ein Sakko oder ein Weste, Hemd und Krawatte. Keine Rolle, wie viel ist es. Und dadurch macht mein Körper einfach das, was er machen muss. Aber meistens ist es ja so, wenn man warm ist und man ans Schwitzen denkt, dann gibt der Körper nochmal mehr Gas. Das ist von daher bei mir. Wenn du so ein Mittlerer-Osten-Typ bist, musst du Floriental riechen. Tragen. Riecht so geil, das Teil, Alter. Kostet 60, 70 Euro. Hält lange. Riecht originell. Kannst das ganze Jahr übertragen. Ist ein Signature-Scent. Ich war mal im Club hier im Diamonds in Köln. Da kam da so ein Kerl an, Alter. Der sah aus wie so ein Prinz vom Mittleren Osten. Der kam da. Der hat eine Show gemacht. Weißt du, was er gemacht hat? Im Diamonds. Ne, war das im Diamonds? Ne, das war im Loom. Das ist der Club dahinter. Also im Diamonds war ich auch, aber im Loom hat er das gemacht. Und ich saß da oben. Und dann kam der da an, Alter. So im Prinzip gekleidet wie ich. So richtig geiler, schwarzer Anzug. Ohne Krawatte. Und dann Hemd auf, Alter. Und dann waren da so zwei, drei Typen um dem herum. So geile Typen, die waren alle gepflegt und so. Und, Alter Schwede. Und dann kam der da rein. Mit so einem, so einem, so einem, so, direkt so Champagner. Und hier diesen brennenden Kerzen so. Und dann wurde der da hingesetzt. Das war eine Show. Was ich eigentlich sagen will, wenn er dann noch diesen Duft hinter sich hergezogen hätte. Dann hätte ich gesagt, boah geil, Alter. Aber hat sich dann glaube ich herausgestellt, dass der doch nicht so viel Relevanz hat. Und das glaube ich ein bisschen mehr Präsenz hat. Aber weil ich das nicht weiß zu 100 Prozent, werde ich den auch nicht namentlich erwähnen. Aber Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich finde euch geil. Jetzt reicht's mir, Mann. Schreibt rein, was ihr für weitere Videos sehen wollt, Leute. Ich liebe dich, Baby. Peace. Ja, in einem Video hat man alles drin. Alles, 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 alles. Wahnsinn, ne? Ich wünsche ihm auf jeden Fall sehr viel Spaß in Amerika und freue mich schon auf die kommenden Videos, die er so raushauen wird. Da wird auf jeden Fall, denke ich, die Post noch abgehen.